Seit über einem Jahr gehen nun Sarah und Pietro Lombardi getrennte Wege. Die Trennung wird zu einem medialen Rosenkrieg. Doch jetzt schöpfen die Fans des einstigen Traumpaares wieder Hoffnung. Sarah postet nämlich ein Video von Pietro aus dem Fitnessstudio. Dabei sieht man Pietro fleißig, trainierend, auf dem Stepper. Dazu schreibt Sarah noch Haha, wen haben wir denn da? Alles sieht nach einem zufälligen Treffen aus. Aber wie zufällig kann es sein, dass beide zur gleichen Zeit im gleichen Studio trainieren? Und wo ist eigentlich Alessio? Die Verwirrung ist nur von kurzer Dauer. Denn Pietro stellt immer wieder klar, dass es definitiv kein Liebes-Comeback geben wird. Das Ex-Paar versteht sich zwar seit Sarahs Affäre wieder. Sie feiern sogar zum Wohle von Alessio gemeinsam Weihnachten. Doch ein Liebes-Comeback ausgeschlossen. Das Training im gleichen Studio versetzt also niemanden mehr in eine unangenehme Situation.